heute ist er als king kraft und darf sprechen ja und ich bin heute der hallo ich bin heute der thomas senke zeng und wir machen unser erster video zusammen aber er hat viel mehr video gemacht als ich mein bruder hat auch manche videos gemacht und jetzt werde ich und nennens mal zusammen youtuber star ja vielleicht wir streiten uns richtig an ja das haben wir schon gemacht ja das was wir das machen seht ihr wenn ihr das nicht gesehen habt ihr es mit mir mit uns ja und wir legen ein papier auf der toilette schreiben auf das papier drauf ich habe euch reingelegt ja jetzt machen wir gleich die zweite folge wollen ja ja und weil wir das drauf gelegt schon haben ja bitte abonnieren und dann einen daumen nach oben